Es gibt etwas Bösartiges, das dich genau dort behalten möchte, wo du jetzt gerade bist. Einsam, ohne Frau an deiner Seite. Und wenn du um dich schaust, wieso andere Kerle scheinbar happy mit einer Frau an ihrer Seite sind, dann guckst du an die falschen Stellen. Denn das, was dich dort behalten möchte, das sind nicht nur die anderen. Es ist etwas, was schon seit Jahrzehnten auf dich reinprasselt und was dich so programmiert, dass du gar nicht anders kannst, als Single zu sein. Denn wir wollen heute aufdecken, was das ist und wie krass sich das schon in dein ganzes Leben reingewuselt hat und wieso du gar nicht anders handeln kannst, als genau so zu programmiert zu handeln, wie du programmiert wurdest. Herzlich willkommen im Freundin für den Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Das ist der Podcast für Männer mit Herz. Und an meiner Seite natürlich wieder, um dieses Geheimnis aufzudecken, unser Experte für Selbstbewusstsein, und heute schauen wir hinter die verwirrende und irreführende Beziehungsmatrix oder die Matrix, die dir vorgaukelt, ein Beziehungsleben zu führen, wie du es führen sollst und es aber nicht für dich funktioniert. Du wirst Dinge erfahren, die du plötzlich nicht mehr nicht sehen kannst. Die werden für dich plötzlich offensichtlich sein. Und das ist gut, weil dadurch wirst du mehr Kontrolle über dein Liebesleben bekommen. Stell dir vor, du gehörst zu einer außerirdischen Spezies und du besuchst zum ersten Mal die Erde. Und alles, was du hier siehst, kommt dir natürlich total fremd vor. Du siehst lauter Lebewesen, die rumrennen und die versuchen, irgendwas zu erreichen. Du weißt nicht genau was, weil irgendwie verändert sich nicht wirklich irgendwas. Aber du spürst, da ist ja viel Anspannung. Und es gibt ganz viele verschiedene Fraktionen, ganz viele verschiedene Gruppen. Du hast die Sprache gelernt, also fängst du an, dich mit Leuten zu unterhalten. Und sie denken, du bist freundlich. Sie erkennen vielleicht nicht sofort, dass du ein Alien bist. Und dementsprechend beantworten sie dir alle deine Fragen. Und du beantwortest, Entschuldigung, du fragst natürlich die eine Seite der Gesellschaft. Hey, was ist eigentlich der Grund, warum ihr euch alle hier so wild rumtreibt? Und die eine Seite wird sagen, ja du, ist doch klar, wegen den Frauen. Das ist, was die Welt bewegt. Ich will eine tolle Frau an meiner Seite haben. Ich will mit einer Frau schlafen können. Ich will romantische Abenteuer erleben. Ich will, dass es mir gut geht und dass ich einfach auch glücklich sein kann. Okay, du stellst dieselbe Frage einer anderen Gruppe und die werden sagen, du, ich muss arbeiten gehen. Meine Kinder brauchen Essen. Also wenn ich nicht arbeiten gehe, dann werden wir verhungern. Dann wird es uns nicht so gut gehen. Offensichtlich will ich, dass ich auch einen gewissen Standard in meinem Leben habe. Also muss ich arbeiten. Und wieder eine andere Gruppe wird dir vielleicht sagen, du, es dreht sich alles um Schönheit und das Ablehnen des ständigen Rad Races und das Ablehnen dieser ganzen Jagd und der Akzeptanz der Vergänglichkeit und dem Suchen der Schönheit in der Vergänglichkeit. Deswegen, alter, rauch einfach mit uns. Ist alles entspannt. Lass uns hier die schöne Natur genießen. Und andere und andere und wieder andere Meinungen. Aber warum rennen denn diese ganzen Menschen rum und versuchen etwas zu erreichen oder nicht zu erreichen? Und wieso glauben sie, dass sie mit den Mitteln es erreichen würden? Wie zum Beispiel die Männer, die unbedingt Frauen kennenlernen wollen und unbedingt eine Frau an ihrer Seite wollen. Wieso wollen sie das? Und wieso versuchen sie es auf diese eine Art? Wieso zum Beispiel, wenn du als Alien gesehen hast, dass sie vor 200 Jahren noch Frauen Blumen gebracht haben und eine Frau, als sie die Kutsche herabgestiegen sind, die Hand gereicht haben, damit die Frau, ohne die Pfütze zu berühren, aus der Kutsche herausspringen kann. Und er geleitet sie dann ins Haus hinein. Und dann fragt er den Vater, darf ich ihre Tochter einmal um den Block führen? Ich habe Blumen mitgebracht. Und der Vater sagt, ja, sie dürfen. Und wieso ist das heute so, dass die Leute einfach vor einem kleinen Gerät sitzen und irgendwas mit ihren Fingern machen und dann treffen sie sich aufgrund dessen, was sie in diesem Gerät gemacht haben? Weil sie Tinder benutzt haben und irgendwie rumgeswiped und gechattet haben und dann treffen die sich und verhalten sich sehr komisch untereinander und dann manchmal schlafen sie miteinander und meistens nicht. Was hat sich da getan? Wieso handeln Menschen so komisch, wenn es um Frauen kennenlernen, Männer kennenlernen geht, um die Liebe geht? Du als Alien bist natürlich Experte in allen Punkten KI. Du weißt, was es heißt, etwas zu programmieren. Und du stellst dir schon die Frage, wer hat diese Menschen so programmiert und wieso ändert sich ständig ihr Programm? Und die Frage wollen wir natürlich jetzt lösen. Welche Programmierung haben wir denn die ganze Zeit mit uns? Von unserer Außenwelt aufgebürgt und von innen heraus auch, was aus uns herausgekommen ist. Vielleicht durch unsere Umwelt, durch unsere Eltern, durch unsere Schule, durch Hollywood-Filme, durch die Backstreet Boys und so weiter. Ja, das ist ein guter Punkt direkt mit den Backstreet Boys. Ich weiß noch, wie damals, Mitte der 90er, als es dann losging, das war einfach so die Musik der Zeit und das war Popmusik, populäre Musik. Und daher hat halt jeder die Backstreet Boys gehört. Oder es gab halt natürlich auch immer wieder das Camp, so, oh nee, das ist total doof. So, das gibt's halt immer. Es gibt halt so Pro und es gibt Anti und irgendwo ist wahrscheinlich die Antwort in der Mitte, so das Ganze. Aber es ist erlaubt, was gefällt. Und das ist eine, diese Programmierung, die aber damals stattgefunden hat, die ist mir erst so, also mir persönlich erst so später aufgefallen. Aber bis dahin war halt schon eine ganze Menge Programmierung installiert worden. Weil was so mit diesen Boybands damals passiert, ging ja auch damals schon mit den Solokünstlern los und dann mit der ersten Band per se, die es so gab, die Beatles. Ähm, da, da ging's ja dann auch, also genauso los. Aber diese Programmierung in den Songtexten der, der Backstreet Boys zum Beispiel. Also nichts, nichts dagegen einzuwenden. Ich war vor zwei Jahren auf einem, auf einem Backstreet Boys Konzert, so, so war, aber gut. Ähm, war sehr alles geskriptet und so weiter, wenig authentisch. Es war auch mein, mein erstes Konzert. Ja, 97 oder 96 war ich auf dem, auf dem Konzert, ja. Mein erstes Konzert. Ja. Und also, was halt die, diese Programmierung, die da so stattgefunden hat, ist halt so in den Songtexten. Und, also Songtexte wie, ähm, I'll never break your heart. Also ich werde niemals dir das Herz brechen. Ähm, und dann werde ich dir auch immer hinterherrennen und Blumen bringen. Und wie kann es denn sein, dass du jetzt diesem Typ hinterher trauerst, ähm, der dich so schlecht behandelt hat, ähm, während ich dir doch alles geben würde. Und das sind halt so dann, das, das gepaart, so diese, diese Songtexte gepaart mit halt schönen Melodien. Und Melodien sind halt, also, wenn jemand sagt, er mag keine Popmusik, dann lügt er. Weil Popmusik ist halt so, dass das Äquivalent, die Harmonien da drin sind das Äquivalent zu Glutamat. Du kannst nicht sagen, dass du kein Glutamat magst, weil das ist entwickelt worden, damit es schmeckt. Damit es genau auf die Rezeptoren in unserem Gehirn, ähm, andockt. Damit wir sagen, oh, schmeckt gut. Ja. Und das ist halt genauso, da ist halt eine Industrie dahinter, die halt so genau weiß, die haben halt so Probehörer für die Songs und dann sehen die genau, wo sie halt die Menschen verlieren und so weiter. So, und dann tauschen sie da hier und da einen Akkord aus oder den Sänger und so weiter. Das ist ja, also, würde ich ja genauso machen, wenn ich eine Industrie dahinter hätte, so. Ähm, und das heißt so, diese Musik hört sich gut an. Und dann hast du halt dann diese Songtexte dahinter und du als Junge damals denkst dir dann, okay, so muss das dann funktionieren mit den Mädels. So, weil ich sehe ja, dass, dass diese, diese fünf Typen auf der Bühne oder welche Band auch immer, welcher, welcher Künstler auch immer, ähm, der propagiert diese, diese Nachricht, diese Art und Weise zu, zu, zu sein, zu handeln, zu reden, mit einer Frau zu kommunizieren. Und dann sehe ich all die Millionen von hübscher Frauen, die einfach nur in Ohnmacht fallen, wenn sie diesen, diese Gruppe sehen, wenn sie diesen Mann sehen. Das heißt, so muss das anscheinend funktionieren, so muss ich anscheinend Frauen bekommen. Das ist einfach direkt so von, von A nach B für unser männliches Gehirn, die, ähm, ja, die, die Verbindung, die wir da ziehen. Und das ist eine Programmierung, die stattfindet, so alleine halt mit, mit den, mit den Backstreet Boys oder halt so mit, mit diesen Songtexten, so, die von Herzschmerz geprägt sind und so weiter. Die natürlich irgendwie einfach geschrieben sind, um, also einerseits natürlich, um, um Geld zu verdienen, da ist nichts, nichts, nichts Verkehrtes mit, mit bei. Aber auch, ähm, die, wer ist denn die Zielgruppe? Und die Zielgruppe sind häufig dann Frauen gewesen, aber du als Mann bist halt dann eine sekundäre Zielgruppe. Du bist dann, du möchtest halt gerne Frauen kennenlernen. Und dann denkst du dir, wie ich gerade schon gesagt habe, okay, das ist anscheinend der Weg dahin. Und das ist halt nur ein Weg des Ganzen, also, beziehungsweise, ähm, eine, eine Art und Weise, wie wir die gleiche, die gleiche Programmierung in unserem Leben gesehen haben. Und das, ähm, also, ich, wenn, wenn ich auf, auf, auf meine Vergangenheit schaue, dann, dann kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen, dass genau diese Art und Weise, diese Songtext und so, dazu geführt haben, dass ich in meinem, ähm, ähm, zu Beginn meiner, meiner, meiner Reise mit Frauen nicht diese Erfolg hatte, die ich gerne hätte. Ich habe dann auch entsprechend darum gebettelt, dass eine Frau mir doch bitte Aufmerksamkeit schenkt oder bitte nicht geht und so weiter. Und das sind, ähm, woher habe ich das? So, das ist ja nichts, nichts, was, ähm, also, das ist, das, wir wissen in der Psychologie, dass das gelerntes Verhalten ist. Also, das weiß, das weiß ich jetzt so von, von, so rückblickend, aber damals so, woher, woher habe ich das Verhalten gehabt? Das war ja nicht meins, das, 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 das muss etwas gewesen sein, das ich irgendwo gesehen habe und gedacht habe, das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg. Ich muss ihr meine Liebe gestehen oder ich muss mein, mir mein Herz aus der Brust reißen und, und ihr alles Mögliche geben und so weiter, damit sie mich endlich liebt. Und das ist eine ganz komische Art und Weise, auf Liebe und auf Beziehungen zu schauen. Ja, wohl wahr, wir haben diese, diese Sichtweise von so vielen Richtungen her immer wieder bestärkt und bestätigt bekommen. Ähm, und wir, wir, wir sind ja nicht mehr aufgewachsen in einer Welt, in der unsere hauptsächlichen Meinungsgeber, unsere Eltern, Geschwister, die anderen Kinder in der, in der Gemeinschaft sind, sondern wir sind aufgewachsen, wo unser hauptsächlicher Meinungsgeber der Fernseher war, ne, und dann später das Internet. Und was dort, und natürlich ist auch die Familie geschrumpft, ne, in den letzten 50 Jahren. Das heißt, du hast da nur noch ein Brüderchen, Schwesterchen und du bist aufgewachsen oder gar keine anderen Geschwister und du bist aufgewachsen mit dem Fernseher im Grunde genommen. Und dein Vater war auch schon, ja, sehr beschäftigt. Ich meine, deine Eltern mussten beide wahrscheinlich arbeiten gehen, weil Zeiten haben sich auch geändert. Das heißt, du hattest auch weniger Zeit mit den Eltern als noch früher, ne, vor 80 Jahren. Und der Fernseher wurde dein Freund. Und im Fernseher wurden natürlich all diese Serien, diese Stereotype bestärkt haben, die ganze Zeit gezeigt. Non-stop. Ne, all die Sitcoms, ähm, in denen, äh, der Vater ein leicht trottliger Typ ist und die Frau aber die Hosen in der Hand hat, die, wie sagt man Hosen in der Hand? Das sagt man wahrscheinlich gar nicht. Die Hosen an. Die Hosen an hat und irgendwas anderes in der Hand hat. So, und diese, 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 diese Meinung, wie, wie eine Beziehung auch auszusehen hat, dass der Kerl halt ein bisschen, ja, so trottelig ist, aber er ist, er, ähm, ja, er ist halt liebenswürdig und deswegen hat er die Frau bekommen. Und die Frau hat sich für ihn entschieden, ne, sie hat gesagt, ja, er ist lieb, ich, er ist so toll, ich, ich hab mich deswegen für ihn entschieden. Aber ich hätte auch all die anderen Typen haben können. Das, das hat natürlich bei uns den Eindruck erweckt, dass wir weniger wert sind und uns Mühe geben müssen, um die Frau irgendwie zu erreichen. Auch die ganzen Songtitel, die du gerade gesagt hast, warum, I'm never gonna break your heart, warum willst du etwa diesen anderen Typen und ich bin, ich versuche dir alles recht zu machen, ne, du solltest doch mich auswählen. Und bei, in verschiedenen Kulturen ist es natürlich noch viel krasser. Ich weiß, äh, in der indischen Kultur oder in der persischen Kultur ist dieses Anbeten der Frau und dieses komplett sich selber niedrig machen als Mann noch viel krasser in den Songs, ähm, und in der Popkultur vertreten. Aber wir haben das genauso. Und, also suchen wir danach, okay, was sind denn dann die Stärken eines Mannes? Und die Filme, die wir, die wir hatten, als wir aufgewachsen sind, sind auch eine Mischung aus, natürlich, Actionfilmen, wo du eine Macho-Figur als Mann hast, oder du hast jetzt heutzutage ineinander verschwimmende Rollen. Also ist das noch verwirrender. Was soll ich tun, ne, wo ist, wo ist hier mein, mein Ankerpunkt, wie ich mich verhalten soll? Und wie so oft sagen wir natürlich hier bei uns, den Freundinnen für den Podcast und bei uns im Coaching, du, die Antwort, die liegt im Inneren, ne, die liegt da drin, was du wirklich spürst. Und mit spüren meinen wir eben nicht, was deine Eltern oder die Umgebung dir gesagt haben, sondern wo deine Verantwortung liegt, ne, wo, wo, wo du denkst, hey, hier kann ich was tun. Denn, denn dieses Gefühl, dieses, das hier ist meine Verantwortung, das ist mein Job, das ist zeitlos, das ist ein moralischer Kompass, der, auch wenn du in alle Religionen schaust, über Jahrtausende hinweg, es gibt manche Dinge, die sind einfach zeitlos. Ja, das ist zum Beispiel das Beschützen der Unschuldigen. Sowas ist zeitlos, das findest du überall. Heißt das jetzt, dass es dein Job ist, Unschuldige zu beschützen? In gewissem Maße. Wer ist jetzt der Unschuldige? Ist das jetzt die Frau? Ist sie das? Vielleicht ist sie das in der Situation, wenn sie gerade gebullied wird, gedemütigt wird oder sowas von irgendjemand anderem im Schulhof, als du aufgewachsen wurdest. Ja, kann sein. Kann auch sein, dass es andere Jungs waren. Kann auch sein, dass du das warst. Du wurdest gebullied und gedemütigt. Dann musst du dich selber beschützen. Spannend. Aber hast du das getan? Oder hast du es einfach geschluckt? Und bist konfliktscheu? Da ist deine Antwort. Du ziehst vielleicht dann auch dieses ehrenvolle Gefühl, was wir dann natürlich haben, wenn wir jemanden beschützen. Das ist ja dann die Belohnung dafür, jemanden zu beschützen. Die direkte Belohnung, die wir einfach auf emotionaler Ebene dafür bekommen. Ziehst dann vielleicht dieses ehrenvolle Gefühl daraus, dass du dich aufopferst. Also einer Frau gegenüber aufopferst, dass du ihr alles schenkst und alles recht machst, weil du das so gelernt hast. Und nicht unbedingt, weil sie das einfordert. Also wenn sie das einfordert, dann ist da vielleicht einfach ein ganz krasser Mangel in ihr selber. Und sie hat selber ein niedriges Selbstwertgefühl, was dann halt auf dein niedriges Selbstwertgefühl trifft, indem du halt glaubst, dich noch mehr auslaugen, aufopfern zu müssen. So, aber, also, dass man ausgeklammert, dass du jetzt so eine Frau triffst, so vielleicht will sie das halt gar nicht haben von dir. Vielleicht will sie halt nicht, dass du dich als Mann halt so komplett ihrer Schönheit ergibst und von mir aus ihre Schönheit, ihr Äußeres, ihr Wesen dich schon so sehr aus der Fassung bringen kann, so sehr aus deiner Mitte bringen kann, dass du alles stehen und liegen lässt für sie. Das ist ja auch keine gute Ausstrahlung deinerseits, keine gute Message deinerseits. So, was sagst du denn damit nämlich, wenn du, wenn du einfach, einfach nur, weil sie, weil sie schön ist, Zeit mit dir verbringt und dann plötzlich keine Zeit mehr mit dir verbringen möchte, so einfach, wie auch immer dann eure Beziehung aussieht, du direkt einfach dann auf die Knie fällst und die bettelst, dich nicht wieder, dass sie nicht geht und dich wieder zurückzunehmen, dich wieder zurückzunehmen. Was sagst du da über dich, dass du irgendwie halt nicht komplett bist mit ihr? Das ist halt eine Abhängigkeit, das ist eine Co-Abhängigkeit, das ist das Gegenteil von emotionaler Unabhängigkeit. Und das ist halt das, was Menschen dann abstößt. Also einfach dieses, du kennst es selber, wenn du, oder beziehungsweise, wenn du über, also dich schon länger mit dem Thema beschäftigst, dann wirst du früher oder später über den Begriff Neediness, Bedürftigkeit gestolpert sein. Und das ist genau das, was Menschen abstößt, dass ich brauche dich, sonst bin ich nicht komplett. Wir wollen nicht derjenige sein, der dazu jetzt irgendwie eingesperrt wird, im Prinzip ist es das, eingesperrt wird, den anderen glücklich zu machen mit unserer Präsenz. Dadurch, also der andere wird dann vermeintlich in Anführungszeichen glücklich, wird er nicht, weil er halt sein Glück im Außen sucht und das ist halt Perfektionismus, das wirst du niemals erreichen, dein Glück kommt immer von innen. Aber diese Person projiziert dann halt sein Glück auf die Frau im Äußeren, dass sie ihn glücklich macht und sie fühlt sich dann eingesperrt. Sie hat dann das Gefühl, okay, jetzt muss ich hierbleiben bei ihm, weil sonst wird er nicht glücklich und das wird sie halt auch nicht lange durchziehen. Aber das ist das, was halt dann zum Beispiel viele, so wie du auch gerade gesagt hast, Andi, so Sitcoms, Serien, Filme dann auch natürlich suggeriert haben, dass es genau das ist und auch die Songs suggeriert haben, dass es halt genau so ist, aber so sieht das halt in der echten Welt dann nicht aus. Und dann ist das so ein Punkt, wo du einfach als Mann dann selber merkst, hoffentlich, früher oder später, dass das gar nicht so funktioniert, dass es so nicht funktionieren kann. Und dann ist so, da ist so ein Konflikt in deinem Kopf, weil so hast du das halt die ganze Zeit gelernt, so wurdest du erzogen. So haben halt all die Stars im Fernsehen immer ihre heißen Freundinnen und Ehefrauen gehabt. Also wenn du zum Beispiel an King of Queens denkst oder sowas, einfach ein herzensguter Trottel mit einer hübschen Frau, die halt ihm alles verziehen hat, aber die halt irgendwie trotzdem der Boss im Haushalt war. Und ständig sauer auf ihn war. Und er sich ständig entschuldigt hat. Genau. Genau. Und dieses, also nichts dagegen einzuwenden, war eine witzige Serie. Haben wir alle gemocht. Aber das ist halt dann, dir fallen bestimmt gleichzeitig ganz, ganz viele weitere Sitcoms ein in den letzten 10, 20 Jahren, 30 Jahren vielleicht sogar, die nach dem gleichen Muster produziert wurden. Also 30 Jahre vielleicht nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Prinz von Bel Air denke, dann haben wir dieses Bild da nicht, dieses, obwohl vielleicht doch hier und da mit Will Smith, der sich dann seinen neuen Freundinnen ab und zu dann irgendwie so unterwirft und sie dann auch eher so bossy waren. Ich meine damit gar nicht so, also damit will ich nicht sagen, dass halt nicht irgendwie auch mal die Frau die Führung übernehmen kann. Und wenn es halt auch ihre Persönlichkeit ist, dann findet sie auch gerne einen Mann, der sich einfach dann mit dem Flow da mitreißen lässt. Das sind einfach ganz normale Persönlichkeitstypen. Also die finden wir in Mann als auch Frau. Das Problem ist eher, dass wenn wir dazu programmiert werden, also wenn wir das halt immer wieder sehen, wenn das die einzige Quelle ist an, okay, so scheinen anscheinend Beziehungen zu funktionieren. Also wir haben halt die Quelle, wir haben den trotteligen, witzigen Typ, der sich halt immer wieder bei der Frau anbiedert und entschuldigt für sein Verhalten. Wenn er mal irgendwie etwas für sich selber gemacht hat, dann muss er sich dafür entschuldigen. Oder wir haben halt die Karikatur, wie du es auch gerade schon gesagt hast, Andi, die Karikatur des Mannes, den Actionheld, der halt 10, 20 Mal im Film angeschossen wird und das überlebt und die Frau rettet. Da braucht die Frau Rettung und im anderen Beispiel braucht die Frau halt keine Rettung. Und das ist halt so eine, weil wir selber als Mann werden halt dann nicht die ganze Zeit irgendwo angeschossen und müssen irgendwie was in die Luft sprengen lassen und sowas. Und dann im Hintergrund ist dann die große Explosion und wir laufen in Zeitlupe davon weg. Das passiert uns halt nicht. Mir ist es noch nie passiert. Ich weiß ja, ob dir das passiert ist. Und weil das halt nicht so in unserem Leben täglich passiert oder überhaupt passiert. Das heißt, wir sind halt dann nicht der Actionheld. Wir müssen dann anscheinend der andere Typ sein. Und in diesem anderen Fall ist es halt dann die Frau, die die Hosen anhat. Und sie weiß dann immer, wo es lang geht. Und das erinnert mich halt dann auch noch an so die Zeit, so meine ersten Schritte auf dem Weg, mehr Frauen in mein Leben zu ziehen, dass ich immer so den Glaubenssatz hatte, die Frau weiß, wie Beziehungen funktionieren. Ich als Mann darf mich glücklich schätzen, dass sie mir den Weg vorgibt und genau weiß, sie hat so die Hoheit darüber, was in einer Beziehung richtig und erlaubt ist und was nicht. Und ich möchte gar nicht, dass es irgendwie in irgendeiner Form so frauenfeindlich klingt. Das meine ich absolut nicht. Absolut nicht. Ich rede darüber über diese Unsicherheit, die in mir persönlich entstanden ist, dass ich selber mich vielleicht gegaslighted habe, also mich in die Irre geführt habe, dass meine Bedürfnisse ja auch richtig sein könnten, auch wichtig sein könnten oder wie ich die Sache sehe, richtig sein könnten. Und ich halt nicht wahrgenommen habe, dass es ja eine Augenhöhe geben kann, dass ich über meine Bedürfnisse sprechen kann, genauso wie sie über ihre Bedürfnisse sprechen kann. Nee, stattdessen, weil ich halt diese Songtexte gehört habe, diese Filme und Serien gesehen habe und das halt meine Quelle an Programmierung war, wie Beziehungen funktionieren, ich gedacht habe, ich muss mich genauso verhalten, weil das ist der Weg dahin, eine glückliche Beziehung zu führen. Und so geht es vielen. Zwei Optionen, um es ganz grob runterzubrechen, diese Option, okay, ich bin anscheinend nicht der Actionheld, dann muss ich wohl hier derjenige sein, der um das Glück der Frau bettelt, also um sein eigenes Glück bei der Frau bettelt. Darin steckt ja schon, dass ich nicht die andere Rolle sein kann, weil ich nicht genug bin. Darin steckt ja nicht der Stolz so, hey, ich bin, ich habe so viel mehr zu bieten als der trottelige Unterwürfige. Haha, nee, das steckt ja nicht da, das steckt ja dieses, ich habe leider nicht so viel zu bieten. Und deswegen mache ich es anders. Deswegen, ja, versuche ich durch meinen guten Willen, mich da, wenn wir richtig hart sein wollen, reinzuwieseln. Und ich bin da nicht anders gewesen, 100 Prozent, kann ich gleich noch ein paar richtig krasse Beispiele nennen. Aber was steckt denn da wirklich dahinter, wenn du dann mal tiefer gräbst, warum du der Frau so den Hof machen willst, warum du ihr alles recht machen willst? Es liegt ja nicht an der Oberfläche, was dein eigentlicher Motivator bei der Sache ist. Er ist nämlich nicht, ich will, dass es ihr gut geht. Es ist nämlich, ich habe sonst nichts zu bieten. Ich muss es ihr irgendwie recht machen, weil ich als Mensch bin nicht gut genug. Ich reiche nicht. Ich muss machen, ich muss immer viel machen, damit ich sie überzeugen kann. Und das sehen wir auch heute noch. Das sehen wir heute auch bei den Teilnehmern, die sich bei uns melden in der Flirt- und Charisma-Analyse. Und die halt sagen, ja, ich habe das Gefühl, wenn ich mit einer Frau schreibe, dann muss ich sie immer unterhalten, damit das Gespräch am Laufen bleibt. Das ist genau das Gleiche. Das hat sich gezogen bis ins Jahr 2024. Es ist nach wie vor das Gefühl, dass du nicht gut genug bist und du deswegen hart arbeiten musst, um geliebt zu werden. Prinzip Liebe gegen Leistung, wovon du ja auch immer wieder redest, Dominik. Vielleicht können wir darauf kurz eingehen. Ja, ja, also das ist halt etwas, was wir früh gelernt haben in unserem Leben. Also, wir haben als Junge Weiblichkeit kennengelernt, indem wir halt die Liebe unserer Mutter bekommen haben. Und das war halt das Wichtigste für uns, weil wenn unsere Mutter uns als schutzbedürftiges Kind Liebe gezeigt hat, dann haben wir das Gefühl von Sicherheit gehabt. Und wir haben dann einfach so die ersten fünf, sechs Jahre unseres Lebens damit verbracht, dann zum Beispiel zu spielen und einfach süß und tollpatschig zu sein und zu lernen. Und dann malen wir halt zum Beispiel so ein Bild und sagen dann, guck mal, guck mal, Mama, das habe ich gemalt, das sind wir. Und dann haben wir gesagt, boah, das ist ja richtig, richtig hübsch. Das machen wir jetzt an den Kühlschrank. Und dann irgendwie ist halt nichts anderes passiert. Also, es gab keinen plötzlichen Einschnitt, keine Zäsur in unserem Leben. Außer, dass wir jetzt tagsüber in so eine Institution gehen, wo wir von einer anderen Frau plötzlich das Alphabet und Zahlen beigebracht bekommen. Und dann malen wir ein Bild und zeigen das Mama. Und dann sagt sie, okay, aber hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Und das ist ein sehr vereinfachtes Beispiel, damit wir das alle irgendwie nachvollziehen können. Weil für uns selber hat sich halt nichts geändert. Aber was halt passiert ist, auf einmal lernen wir, dass wir nicht, egal was wir tun, das nicht per se liebenswert ist und toll ist und Mama uns lieb hat. Wir lernen auf einmal, dass wir gewisse Bedingungen erfüllen müssen, um geliebt zu werden. Und das ist so, das ist einer der großen Schockmomente im Leben eines Menschen. Eines der großen Traumata. Das muss keine einzige Situation sein. Das kann so ein schleichender Prozess sein. Das kann auch sein, dass wir das bei einem anderen Kind aus unserer Klasse gesehen haben, dass das plötzlich so passiert, weil er bekommt einen schlechten Lote in Mathe und fängt an zu weinen. Und wir denken dann, okay, wie kann es denn sein? Es ist doch einfach nur eine Fünf unter dem Mathe-Test. Warum weinst du denn? Und wir spüren aber, dass wenn er nach Hause geht, oder bekommen das auch mit, dass wenn er nach Hause geht, er ganz, ganz doll Ärger bekommt. Und wir beziehen das halt dann auf uns. So, okay, wenn ich diese Zahl unter meinem Mathe-Test habe, dann bekomme ich auch ganz doll Ärger. Und damit verlieren wir halt so diesen bedingungslosen Schutz, die bedingungslose Liebe und lernen, dass wir dafür arbeiten müssen. Und vor allem lernen wir, dass wir halt für die Liebe unserer Mutter arbeiten müssen. Was halt aber auch nicht, also auf der Meta-Ebene stimmt das ja gar nicht. Unsere Mutter hat uns trotzdem lieb gehabt, wie nichts anderes auf der Welt. Aber es gab eine Aktionsebene, die plötzlich installiert wurde, die uns zweifeln gelassen hat. Und der Zweifel war ja in uns. So, dieser Zweifel, je mehr wir den Zweifel schüren und je mehr wir uns mit dem Zweifel beschäftigen, desto mehr Beweise finden wir, dass der Zweifel in der Gedanke, der negative Gedanke, der richtige sei. Und das führt dann dazu, dass wir halt dann 20, 30 Jahre später den gleichen Liebe-gegen-Leistung-Gedanken gegenüber Frauen haben und glauben halt, dass wir irgendwie ihr ein großes Haus, ein schnelles Auto bieten müssen, dass wir Millionär sein müssen oder ein Sixpack haben oder einen dicken Bizeps oder was auch immer, dass wir halt irgendwie ein krasser Macker sein müssen. Nur dann haben Frauen uns lieb. Also halt außen, 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 Sachen im Außen anhäufen. Nur dann sind wir, in Anführungszeichen, gut genug. Und was wir halt, was wir da gemacht haben, ist halt den zweifelnden Gedanken, also der Gedanke, der ein Zwei, also der zweite Gedanke, der installiert wurde, der den anderen Gedanken invalidiert hat, den haben wir mehr gefüttert und den haben wir mehr zu unserer Realität gemacht. Statt von vornherein davon auszugehen, so was die ersten fünf, sechs Jahre in unserem Leben passiert ist, dass unsere Mutter und die Weiblichkeit uns liebt. Einfach nur, weil wir sind. Das ist... Du kannst dir nicht vorstellen, wie krass Männer sich für Frauen verkaufen. Manche Männer sind wirklich H-U-R-E-N, wenn es um Frauen geht. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat für eine Frau eine Wohnung gekauft. Und ich rede nicht nur von irgendeiner Wohnung. Ich rede davon, dass dieser Mann so verknallt in diese Frau war, dass er sich erhofft hat, dass sie, der reicher Kandidat dieser Mann, dass er diese Frau von sich überzeugen kann, indem er erstens mal ihr einen Gefallen tut und ihre Miete ihr erlässt und zweitens dadurch als der Retter erscheint, dem sie dann irgendwie, ja, zurennt oder sowas. Er hat den gesamten Gebäudekomplex gekauft, in dem sie gewohnt hat, damit er ihr diese Wohnung schenken kann. Und rate selber, ob es geklappt hat zwischen ihm und ihr. Nein, hat es nicht. Hat es nicht. Sie ist ständig wieder zu einem anderen Mann zurückgerannt, weil dieser Kerl nichts anderes ihr zu bieten hatte, als dieses, ich tue Dinge für dich, weil ich nicht selber gut genug bin für dich. Und das spüren Frauen. Das ist der Grund, wieso der arbeitslose Vagabund, der mit seiner Gitarre in der Einkaufszeile ein paar Songs für ein paar Euros singt, sexier ist als dieser Typ. Ja, natürlich, es gibt auch auf der weiblichen Seite Individuen, die nur auf dein Hab und Gut aus sind. Na klar, gibt es überall. Aber willst du diese Frauen? Willst du etwa das in Anführungsstrichen heiße Babe, wo das Silikon aus allen Poren rausplatzt, die an, keine Ahnung, Jeff Bezos Seite oder wem auch immer, Dan Bilzerians Seite hockt und kein Wort aus sich rausbekommt, weil sie einfach nicht viel mehr zu bieten hat als das? Oder willst du eine Partnerin, die auf Augenhöhe mit dir sich um die Kinder genauso kümmert, mit der du lachen kannst, die, wenn sie dich anlächelt, du die Liebe in jeder Pore ihres Wesens spürst und du weißt, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich endlich zu Hause, sie ist wunderschön und ich kann mich mit ihr unterhalten? Welches von beiden willst du? Willst du dieses Jet-Setter-Leben haben mit keinerlei Erfüllung in deiner Seele oder willst du die Erfüllung in deiner Seele haben, mit einer tollen Partnerin deiner Seite und einer Fülle an wunderschönen Erfahrungen, die du entlang dieser Reise, bis du sie kennengelernt hast, sogar aufgebaut hast? Sodass du aus Erfahrung sprechen kannst, wenn du deinem Sohn oder deiner Tochter irgendwann mal selber hilfst und sie zum Wachsen bringst, zu der Person zu werden, zu der sie immer werden sollten. Damit sie selber auch gesunde Beziehungen anziehen. Die Frage, also die stellt sich mir nicht und den meisten Männern, die zu uns im Coaching kommen, von denen Tausende schon da waren und die jetzt definitiv nicht den Weg eingeschlagen haben des Gigolo Playboys, sondern die jetzt, wie ihr hier hinten seht, die jetzt eine Freundin haben oder die auf diesem Weg Frauen kennengelernt haben und diese Liebe für Frauen noch weiter kultiviert haben, weil es einfach ein wunderschönes Ding ist, zu sehen, wie eine Frau dich verliebt, anlächelt. Nicht, weil du ihr irgendwas getan hast, sondern wegen der Art, wie du sie behandelst, weil du an dich glaubst und an sie glaubst. Und weil du so sehr Selbstbewusstsein kultiviert hast, kannst du einen Teil deines Selbstbewusstseins ihr abgeben und sie unterstützen in dem, was ihr wichtig ist. Dass du sie dabei unterstützt, wenn sie zum Beispiel sich bei einer neuen Arbeitsstelle bewerben will oder das Land verlassen will, um irgendwo anders einen neuen Studiengang zu begehen und du sagst, mach das, Baby, mach das. Wie cool ist das? Das ist ja eine supergeile Gelegenheit. Ich stehe hinter dir 100%. Das ist doch, wo wir denken, wow, ich habe hier jemanden, der ist so unabhängig, der braucht mich nicht, der unterstützt mich so sehr. Wieso ist der so? Ja, weil er so sehr an sich selber glaubt. Er hat keinerlei Zweifel an der Beziehung. Das ist wirklich nachhaltig attraktiv und das kannst du schon vom ersten Ansprechen an sein, bis hin zur Beziehung in 10, 20, 30 Jahren, wo ihr schon zusammen seid. Das ist die Basis von einer gesunden Partnerschaft. Und diese beiden Extremen, der Mann, der versucht hat, ein Gebäudekomplex zu kaufen, damit er dieser Frau von dieser Eingabe überzeugen kann, und der Frau, die an Dan Bilzerians Seite nur ihre Brüste die ganze Zeit zeigt und in Bikini rumläuft auf seinem Boot, Beide sind dieselbe Art Mensch. Kein Selbstbewusstsein, niedriger Selbstwert, versuchen zu punkten, indem sie Materielles anhäufen. Sei es Silikon oder Immobilien. Ah, wer will das denn? Gesunde Menschen wollen das nicht. Also bitte, vergleich dich nicht mit den Typen und bitte lass diese ganzen anderen Nonsense, Propaganda, YouTube-Videos weg, wo Typen nur sagen, ja, Frauen wollen nur dein Geld. Das sind dieselben Ängste, die du hast, weswegen du denkst, du musst mehr Geld anhäufen. Ich spiele das Spiel einfach nicht mit, Jungs. Und das solltest du auch nicht. Wenn du sagst, ey, ihr in eurem, wie das Alien, das auf die Erde kommt und sagt, was rennt ihr hier eigentlich alle so rum? Und dann gibt es halt die paar Leute, die Hippies, die sagen, ich renne nicht rum, ich will einfach nur die Liebe genießen und das Leben genießen und ich habe mir einen Job als Barista gesucht oder ich bin viel auf Reisen und arbeite dann auf irgendwelchen Farms und mache Yoga und bin Yoga-Lehrer oder sowas oder Tauchlehrer, Surflehrer. Die Leute, Sprachlehrer, das sind die Leute, die Lebenskunst suchen, weil sie ihr Leben genießen wollen. Übrigens, diese Menschen, von denen ich auch einige kenne, die haben selten Probleme mit Frauen. Selten. Es gibt Welte, die haben trotzdem Probleme mit Frauen, weil sie diesen Lebensweg auch nur aufgesucht haben, weil ihnen was gefehlt hat. Das gibt es natürlich auch. Aber diejenigen, die sagen, nee Mann, ja, Flucht. Aber wenn sie sagen, nee Mann, ich fliehe von nichts, ich will zu was hin, ich will zur Freiheit hin, dann ist da schon dieser Grundgedanke in ihnen sehr präsent, dass sie gut genug sind und dementsprechend finden sie dann auch Partner, egal wo sie hingehen auf der Welt, weil sie glücklich sind. Und so wie diese Männer und Frauen das Spiel ablehnen, darfst du auch das Spiel ablehnen. Das heißt nicht, dass du ein Eremit werden musst oder ständig als Vagabund in Thailand irgendwelche Yoga-Kurse besuchen brauchst. Nein, das geht auch jetzt, wo du aktuell wohnst. Das geht auch hier in der westlichen Welt oder wo auch immer du bist. 100 Prozent, weil das sind zeitlose Prinzipien, die in uns sind. Die müssen wir aber wieder aktivieren, wieder rauskramen. Denn die Programmierung von außen, die ist stark. Die ist saustark und die wird nicht weniger werden. Genügend Studien zeigen immer mehr, dass wir abhängig sind von unseren mobilen Devices, von Internet. Es wird nicht weniger werden. Es gibt zwar auch wieder Gegenbewegungen, aber das wird eine Weile dauern, bis das wirklich angekommen ist, dass wir vielleicht doch nicht so sehr auf die Medien alles aufsaugen sollten, was da auf uns einprasselt. Und nochmal zurück ein bisschen zu den anderen YouTube-Videos, Kanälen oder Impulsen, die du da so siehst. Das Problem ist ja nicht, wenn dir jemand versucht, deine Freiheit zu geben, wie zum Beispiel der Red Pill Community. Das Problem ist ja nicht, dass es dort Menschen gibt, die sagen, hey, fokussier dich doch mehr auf dich selber. Lehn doch mal diese Jagd ab und versuch nicht, Frauen von dir zu überzeugen, sondern arbeite an dir. Werd fitter, gesünder, arbeite an deinen Finanzen und such dir einen Job, der dir Spaß macht, damit du Erfüllung im Leben hast und die Frau kommt dann. Die kommt dann als beiläufig, weil du auf deinem Pfad bist. Grundsätzlich nicht verkehrt. Grundsätzlich. Aber was passiert dann, wenn du diese Philosophie in ein Extrem bringst? Und das passiert blitzschnell hier im Internet. Dann wirst du nämlich mehr und mehr Videos finden, wo die Frau abgelehnt wird. Wo das, ja, dieses Frauenvergöttern so abgelehnt wird, dass es schon fast zu Frauenhass wird. Und die Männer, die das dann schauen, sind nicht so proaktiv. Die meisten Kerle sind faul as f. faul as fuck sind die meisten Typen. Und die schauen dann diese Videos und denken, ja, das ist jetzt, das ist doch die Lösung. Die Lösung ist, Schuld den anderen geben. Haben wir in der letzten Folge drüber geredet. Das ist ganz einfach. Und aufgrund dessen hast du dann einen Kommentarbereich voll mit Meckertypen und die, die die Schuld auf Frauen schieben. Und das kubbelt den Algorithmus an. Das heißt, die Creators, die Leute, die diese Videos machen, machen mehr von diesen Videos, weil sie natürlich auch wollen, dass die gesehen werden. Und dadurch entsteht sehr schnell leider der Eindruck, dass die Typen, die in der Red Pill Bewegung sind, alles Frauenhasser sind. Es sind immer die extrem wenigen. Die extreme Minderheit. Die ziehen dann aber natürlich immer mehr Leute an. Und der Eindruck entsteht dann, oh, das ist anscheinend die Mehrheit. Okay, dann ist das wohl so. Und dann wird das auch dementsprechend synonym gesehen. Oh, Red Pill bedeutet Frauenhass. Sei immer vorsichtig, welche Medien du konsumierst. Ich werde jetzt aber auch nicht meine Hand ins Feuer legen für die Red Pill Community. Definitiv nicht. Weil das ist wie in jeder Gemeinschaft. Da hast du einige Leute, die es gut meinen und einige Leute, die es tatsächlich auch böse meinen und die selber verbittert sind. Und da die Spreu vom Weizen zu trennen, ist nicht leicht. Und wieso überhaupt, stelle ich mir die Frage, wieso überhaupt dich selber verwirren mit lauter neuen Konstrukten, die Frauen in deinem Leben so einordnen, dass du sie nicht brauchst, wenn wir doch eigentlich Lust auf Frauen haben. Das ergibt für mich keinen Sinn. Für dich? Also, das ergibt doch nur Sinn für jemand, der so frustriert ist, dass er keine Lust mehr hat. Okay, aber dann bist du halt auch jemand, der aufgibt. Und vielleicht der richtige Zeitpunkt. Wenn du aufgegeben hast, wenn du aufgegeben hast, schaust du halt dann diesen Content halt dann auch nicht mehr. Das heißt, solange du ihn noch schaust und dein Drama, deine Dosis an Droge da rausbekommst, hast du halt noch nicht aufgegeben. Ja, innerlich, richtig. Und vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um dir zu erzählen, wie es bei mir war. Weil ich war 1000% in dieser Hollywood romantischen Schiene. Das war meine Religion. Es war so yes, 100% ich bin ein Gentleman, ich bin Romantiker durch und durch und ich werde ein Lied für eine Frau schreiben, ich werde ihr einen Brief schreiben, ich werde sie nach Hause begleiten als Gentleman. Ich werde alles daran setzen, dass sie weiß, oh, er ist anders, er ist ein Gentleman. Und so werde ich mich von den anderen unterscheiden. Und das hat mich aber nicht zur Freundin oder zu mehr Sex geführt. Ganz und gar nicht. Eine meiner ersten großen Lieben, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, wir können dir einmal das Bild hier rein bringen, sofern mein Cutter daran denkt, ich werde es hier rein einladen, was ich machen musste, um noch irgendwie ein Fünkchen an Freude in meinem Leben zu haben, nämlich diese Frau hat sich in meinen besten Kumpel verliebt. Nachdem wir jahrelang miteinander kommuniziert haben, auch Händchen gehalten haben und ich dachte, jetzt wird alles gut, es wird alles gut und an dem Tag, an dem sie mich eingeladen hat auf eine Party, da ist sie mit meinem besten Kumpel zusammengekommen und die haben sich gerade geküsst und ich habe gedacht, Alter, bitte schieß ein Foto davon, weil mehr Galgenhumor kriege ich nicht hin, das ist ja das absolute Maximum an, wie man verkacken kann und dann hat einer meiner Freunde dieses Foto hier geschossen von uns. Jetzt kannst du es kurz einblenden. Das ist nur einer von tausend Sachen gewesen, die ich falsch gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich werde Frauen von mir überzeugen, ich bin anders, ich gebe mir Mühe, damit du siehst, wie toll ich bin und dann im Studium war es nicht anders. Im Studium eine Frau nach der anderen habe ich schon nach mehreren Treffen gesagt, ich habe mich in dich verliebt, ich habe Gefühle für dich, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. In unterschiedlichen Worten, ich habe gedacht, wenn ich so formuliere, funktioniert es vielleicht diesmal, vielleicht wenn ich so formuliere, funktioniert es diesmal und und und. Und dann letztlich lag irgendwann mal eine Frau, in die ich sehr verliebt war, auf meinem Schoß bei mir zu Hause, wir haben Film geguckt und ich dachte mir, jetzt ist aber glasklar, jetzt weiß ich hundert Prozent, dass sie auch auf mich steht und jetzt kann ich ihr endlich sagen, dass ich in sie verliebt bin. Ich habe es ausgehalten für mehrere Wochen, mehrere Wochen, aber jetzt ist der richtige Moment. Und dann sind wir nach Hause gelaufen, ich habe sie natürlich nach Hause geleitet und habe ihr gesagt, du, ich habe mich in dich verliebt und sie hat gesagt, ach Andi, mit einer Enttäuschung in der Stimme, die ich nie vergessen werde, die ich auch dort nicht vergessen habe, denn das war ein großer, großer Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas läuft hier gehörig schief. Wo ist denn das Problem? Bin ich das Problem? Sind Frauen das Problem? Nein. Nein, nein, nein. Irgendwas ist in mir, das das Gefühl hat, ich muss mich auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Und das war dann der Abend, wo ich gesagt habe, weißt du was, scheiß drauf, ich muss mich jetzt gar nicht mehr irgendwie verhalten. Ich bin in Jogginghose in den Studentenclub gegangen, mir war alles egal und an dem Abend hatte ich meinen ersten One-Night-Stand. Und ich dachte mir, was ist denn hier passiert? Ich habe mich nicht verhalten wie ein Arsch, mir waren Frauen nicht egal, aber mir war tatsächlich etwas egal. Mir war egal, was andere von mir dachten. Krass. Vielleicht liegt da ja der Kern Wahrheit, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Wenn dir egal ist, was andere von dir denken, dann bist du so frei, dass andere dich wirklich so sehen können, wie du ungezwungen bist. Und das ist attraktiv. Und das kannst du jederzeit sein. Du musst jetzt nicht mit Jogginghose zur Arbeit kommen. vielleicht ist dir ja wichtig, wie du auf der Arbeit ankommst, aber ein bisschen weniger gefallen wollen und mehr frei jemandem zeigen wollen, dass du ihn magst, funktioniert viel besser. Was meine ich mit frei jemandem zeigen wollen, dass du ihn oder sie magst? Es bedeutet, nichts von dem anderen zu brauchen und keine Bestätigung zu wollen dafür, dass du gezeigt hast, dass du sie magst. Wenn du einer Frau ein Kompliment gibst, dann tu das nicht, weil du von ihr insgeheim eigentlich Bestätigung willst, weil du möchtest, dass sie dich dann zurück mag, weil du dadurch irgendein romantisches Ideal verfolgst von irgendeiner Hollywood-Figur oder einer romantischen Figur in irgendeinem Song, sondern tu es, weil es die Wahrheit ist und nichts weiter. Du musst Dinge manchmal einfach sagen, weil sie die Wahrheit sind. Chef, ich finde es unfair, dass der die Gehaltserhöhung bekommen hat und ich nicht. Ich habe dies und dies und das gemacht. Ich gebe mir hier ständig Mühe. Ich bin enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Wahrheit, die manchmal einfach ausgesprochen werden muss. Du erwartest nicht, dass er dir jetzt die Gehaltserhöhung gibt. Das erwartest du nicht. Aber du weißt, dass es das Richtige ist, es auszusprechen, weil du dadurch Möglichkeiten hast. Freiheit bietet Möglichkeiten. Denn wenn er jetzt die Gehaltserhöhung nicht gibt, ist das auch okay, aber du kennst deinen Selbstwert, dann suchst du eben einen anderen Job, einen anderen Arbeitgeber. Das ist selbstverständlich, weil du jetzt diesen Selbstwert gefunden hast in dir. Genauso ist es dann auch bei Frauen. Ich gebe dir dieses Kompliment, nicht weil ich will, dass du mich dann magst, sondern weil ich weiß, weil mein Selbstwert so hoch ist, dass ich weiß, dass ich auch andere Frauen kennenlernen werde, dass ich dich nicht brauche. Ich bin nicht angewiesen auf dich. Und weil ich nicht angewiesen bin auf dich, habe ich die Freiheit, dir zu sagen, wie sehr ich dich mag. Und somit kannst du wiederum der Romantiker sein. Somit kannst du derjenige sein, der ganz frei auf Frauen steht und Frauen nicht ablehnt. Weil Frauen sind auch mega, mega toll. Was gibt es denn Tolleres, als eine Frau zu beobachten, die gerade sich freut und strahlt wegen etwas, was du nicht mal weißt, woran es liegt. Sie läuft über die Straße und fängt dann einfach zu grinsen und zu lächeln. Was gibt es Schöneres als das? Vielleicht, wenn dein eigenes Kind so lächelt oder dich anlächelt. Okay. Oder die Frau dich so anlächelt. Ja. Aber wenn wir einmal einen Schritt zurück gehen von diesem ich muss sie unbedingt von mir überzeugen, dann fangen wir an die Schönheit zu sehen, die überall um uns herum schon ist, die auch in uns ist. Die Freiheit, der Selbstwert, der schon da ist. Und daraus heraus können wir wirklich frei auf Frauen zugehen, wir können wirklich gesunde Beziehungen aufbauen und wir können diese auch langfristig behalten. Deswegen machen wir das ja auch schon langfristig seit mehreren, seit mehr als nur mehr als mehreren Jahren, über zehn Jahren mittlerweile und haben so eine Erfolgsserie auch an Kunden, die glücklich sind, vorzuweisen, weil es eben ein langfristiger Ansatz ist. Es ist kein so kriegst du sie rum. Es funktioniert nicht. Und es ist auch kein Ablehnen von Frauen oder den schönen Dingen im Leben. Das würde dich nicht glücklich machen. Und wenn du diesen ganzen äußeren Faktoren immer noch hinterherrennst, wie ich brauche einen besseren Job, ich brauche mehr Geld, wir hatten einen Kunden, der hat sich überlegt, ob er bei uns das Coaching macht oder nicht und hat dann so gesagt, aber ja, ich will unbedingt, ich wollte unbedingt noch ein zweites Motorrad kaufen und warum willst du denn das zweite, warum willst du denn dieses zweite Motorrad, mal ganz ehrlich, ist doch geil, und dann, ja, ist doch cool. Wenn du da weiter reingräbst, dann ist da, ja, ist doch cool, dann bist du mit den Männern unterwegs und dann ist da eine Frau und die schaut und denkt sich, boah, geil, der Typ hat ein Motorrad. Das ist wieder, ist kontraproduktiv, weil A, fütterst du damit in dir den kleinen Kobold, der sagt, du bist nicht gut genug, du brauchst mehr Stuff, du brauchst mehr Sachen, mehr Sachwert, um andere von dir zu überzeugen und B, ziehst du damit die Frauen an, die darauf stehen, dass du einfach viel Zeugs hast, die also nicht dich lieben, sondern dein Zeugs. also machst du es doppelt verkehrt, weil wenn du dann schlechte Erfahrungen mit diesen Frauen machst, dann denkst du, alle Frauen sind gleich, die wollen alle nur dein Geld. Nee, du bist immer gleich gewesen, weil du immer nur auf diese Frauen losgegangen bist, weil du gedacht hast, du bist nichts wert und wenn du das ablehnst, dann kannst du die Frauen kennenlernen, die es wirklich wert sind, kennengelernt zu werden, so wie meine Partnerin, so wie die Partner vom Milad hinter mir, so wie Geralts Freundin oder Makakos Freundin, die jetzt auch zu meiner Hochzeit kommt im Oktober oder Dominiks Freundin, die beiden kommen ja auch zu meiner Hochzeit im Oktober. Das sind Beziehungen, für die es sich lohnt, nicht nur an sich selber zu arbeiten, sondern für die es sich dann auch lohnt zu kämpfen, wenn es mal kriselt. Das heißt nicht, dass du, weil du so frei bist, dass du dann so unabhängig bist, dass du sagst, hey, es gibt gerade Probleme der Beziehung, okay, dann brauche ich die Beziehung nicht mehr. Eben nicht, mein Lieber, eben nicht, weil du so diese Freiheit hast, weil du so unabhängig bist, kannst du ja auch um etwas kämpfen. Verstehst du, nur weil du die Fähigkeit hast, Nein zu sagen, heißt es nicht, dass du zu allem Nein sagen musst, denn dann wäre es wiederum Zwang, dann wärst du abhängig. Ja, wirkliche Freiheit ist, dass du in jeder Instanz selber entscheidest, Ja oder Nein. Ja oder Nein. Diese Frau gefällt mir, ich gehe jetzt auf sie zu. Ja. Oh, sie hat mich angelächelt. Hell yeah. Wow. Wir haben eine richtig tolle Connection. Ja. Ja. Oh, ich habe erfahren, dass sie keine Kinder möchte und ich will schon Kinder. Schweren Herzens, leider Nein. So kannst du es machen. Du kannst auch in der Beziehung sagen, Ja, 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 ja. Oh, jetzt kriselt es. Warum kriselt es? Oh, sie hat Problem X, das gefällt mir nicht, das werde ich ansprechen. Nein. Aber werde ich deswegen die Beziehung einfach beiseite kicken? Auf gar keinen Fall. Dann sage ich ihr, hör zu, das gefällt mir ganz und gar nicht, da kann ich nicht dahinterstehen, aber ich liebe dich und wir kriegen das hin. Man kann Ja und Nein beides bedienen. Das ist eigentliche Freiheit. Dann bist du selbstbestimmt. Daraus entsteht, also das ist halt dann auch Win-Win. Wenn ihr gemeinsam, ihr habt ein Problem und ihr arbeitet gemeinsam an diesem Problem und wachst halt darüber hinaus. Das Gegenteil davon haben wir vor einigen Folgen ja auch schon ausgepackt oder entwirt. Das Ganze ist halt dann zum Beispiel der Kompromiss, das Win-Lose-Szenario oder das Lose-Lose-Szenario. Also der Kompromiss ist, die Definition von Kompromiss ist, dass beide weniger haben als vorher und beide gleich unglücklich sind. Das ist halt nicht das Ziel. Und du gehst halt diese Kompromisse in deinem Leben halt nur ein, wenn du halt selber kein festes Fundament hast von innerer Sicherheit. Stattdessen brauchst du halt dann die äußere Sicherheit. Wie du eine Sache im Leben machst, so machst du alles im Leben. Das Leben ist ein Hologramm. Das heißt, wenn du in dir selber, also wenn du halt in dir selber unsicher bist, wenn dir diese Sicherheit fehlt und du einer, und diese Sicherheit zeigt sich durch Selbstliebe. Und wenn du dann aufgrund fehlender Selbstliebe einer Frau, eine Frau, die du nicht kennst, nicht einfach so verehren kannst, weil du glaubst, das macht man nicht, sondern stattdessen halt irgendwie dich zurückhältst und auch nicht irgendwie halt mit emotionaler Unabhängigkeit begegnen kannst, sondern glaubst, dass du ihr ein Apartmentkomplex kaufen musst, damit du einen Wert für sie hast, dann ist es halt Sicherheit im Außensuchen. Und äußere Sicherheit ist eine Illusion. Sie existiert nicht. Das ist einfach alles nur Show. Wenn du dich auf äußere Sicherheit konzentrierst, das heißt irgendwie von mir aus irgendwie den perfekten Körper zu haben, Auto, Geld, was auch immer, irgendwas Materielles, so schnell ist das weg. Und was bleibt dann über? Du bleibst über. Und dann ist halt so, dann wird halt abgerechnet. Bist du die Person, die auch ohne das Äußere interessant ist? Wie sich das auch wieder von mir aus aufbauen kann? Oder bist du die Person, die zwanghaft daran klammert? Weil wenn du daran klammerst, an materiellen Dingen, dann klammerst du. Das Leben ist ein Hologramm. Wie du eine Sache machst, so machst du alles im Leben. Wenn du an materiellen Dingen klammerst, dann klammerst du auch an der Frau oder an irgendetwas anderem Weiblichen. Entweder einfach nur an der Zuneigung, die du von Frauen bekommst und sobald du die Zuneigung nicht mehr bekommst, reagierst du trotzig und schaust dann vielleicht verächtlich auf Frauen oder auf diese Frau und dann ist das plötzlich die zehnte Frau, von der du deinen Freunden erzählst, dass die alle komisch waren, dass die alle irgendwie nur dein Geld wollten. Ja, okay, aber du bist der kleinste gemeinsame Nenner in all diesen zehn Beziehungen. Fang bei dir an. Wir müssen, also wenn wir möchten, wenn du möchtest, darfst du an deiner inneren Sicherheit arbeiten. Das heißt, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, das ist alles genau das, was dich, das sind Kerne in deiner Persönlichkeit, das sind Samen in deiner Persönlichkeit und es gilt, die anzupflanzen, damit richtig geile Bäume daraus wachsen können, die Früchte tragen, die viel mehr Menschen ernähren, die auch noch dazu führen, dass du genau das an deine Kinder weitergeben wirst. Damit wirst du genau die richtigen Frauen in dein Leben ziehen, weil du lernst, Grenzen zu setzen und die halt nicht halt nur mit einem Nein, einfach Nein-Grenzen zu setzen aus Trotz, sondern aus Liebe Grenzen zu setzen und dann lernst du halt auch, dass das Grenzen setzen etwas Positives, etwas Verbindendes sein kann. So paradoxes auch klingt, weil das ist ja das, wovor viele Menschen Angst haben, dass sie aufgrund nicht, also sie setzen dann keine Grenzen, weil sie denken, damit stoßen sie dann andere Menschen vor den Kopf und dann will keiner mit ihnen zusammen sein. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du keine Grenzen setzt, nehmen Menschen, andere Menschen dich überhaupt nicht wahr und verhalten sich dann auch entsprechend so dir gegenüber und du bist dann halt nicht wichtig für sie, weil du dir selber ja nicht wichtig bist. Das Leben ist ein Holograp. Wie du eine Sache machst, dann machst du alles. Wie im Innen, so im Außen. Ja, es ist, das ist eine der größten Programmierungen, die wir in unserem Leben bekommen, und die kommt halt von außen. Wir, das ist der einzige Spiegel unserer Realität und dann verlieren wir uns selber da drin und stellen uns niemals wirklich die Frage, wer bin ich eigentlich? Was will ich? Was will ich stattdessen? Statt diesem Leid, das ich hier gerade habe? Und glauben dann, dass, weil wir halt nirgendwo oder zu selten Beweise dafür finden, dass auch ein anderes Leben für uns möglich sein kann. Ein Leben, wo wir komplett glücklich sind, weil wir das, weil wir die Zufriedenheit, das Glück in uns selber finden, statt im Außen, glauben wir, dass das nicht die Realität entspricht und dass wir dann einfach ein Träumer sind und wenn wir das unseren Freunden erzählen, dann lachen die über uns, die aber auch selber unter der Programmierung, also in dieser Art und Weise programmiert sind. Das heißt, sie wissen es nicht anders. Klar, weil sie kein anderes Beispiel haben. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, du bist die Autorität deines eigenen Lebens, deiner eigenen Existenz. Niemand anders. Nichts im Außen. Kein Film. Keine Medien. Keine Nachrichten. Nicht mal deine Freunde. Nicht deine Familie. Also deine Eltern, Geschwister, was auch immer. Die sind nicht die Autorität deines Lebens. Deine Autorität, die Autorität deines Lebens ist in deiner Brust, dein Herz. Das, was sich für dich gut anfühlt, ist dein Weg. Und wenn du Angst hast auf diesem Weg, dann ist es ein Wegweiser deines Unterbewusstseins, genau da lang gehen. Sonst hättest du keine Angst davor. Angst ist der Weg. Wenn du ein Beispiel in deinem eigenen Leben nicht hast, von einem Mann, der so frei und liebevoll mit Frauen umgehen kann, dann finde sie, Medien sind ja nicht komplett abzulehnen. Du hast hier zum Beispiel uns. Ich hatte diese Beispiele in meiner Umgebung nicht, als ich aufgewachsen bin. Aber ihr habt das hier. Ihr habt so viele tolle. Wir sind ja nicht die einzigen, denen du folgen kannst hier auf YouTube oder auf TikTok oder sonst wo. Es gibt sehr viele gesunde Mindsets, die du als Vorbild nehmen kannst. Oder du suchst dir selber mal deinen eigenen Leitfaden, den du folgen kannst, um in deinem eigenen Leben derjenige zu sein, der für deine Freunde dann das Vorbild sein wird. So viele Kerle bei uns, wie gesagt, die fangen das Coaching an und dann irgendwann melden sich dann die Freunde und sagen so, sag mal, wie kann es sein, dass du so gut geworden bist mit Frauen? Also welches Geheimnis hast du denn entdeckt? Und dann sagen sie, ja hey, melde dich doch mal hier bei den Jungs, komm zur Charisma-Analyse, das hat mir sehr geholfen. Da haben wir zum Beispiel die Geschichte von Manuel und seinem Bruder, die ich erzählt habe. Manuel, der sich von der Brücke stürzen wollte, weil er so frustriert war, weil er so viel Leid hatte. Und sein Bruder kam zu uns ins Coaching und hat ihm dann irgendwann gesagt, du wirst echt unglücklich werden, wenn du jetzt nicht mal was machst. Und so wird die Familie immer größer und immer größer bei uns. Und du bist auch herzlich willkommen, dir das Ganze mal anzuschauen, kostenlos. Geh einfach auf www.flirtanalyse.de und schau dir an, was du dort sehen kannst. Wir erklären dir ganz genau, wie der Prozess aussieht, wie du deine eigene Flirt-Typ- und Charisma-Analyse bekommst, bevor es überhaupt losgeht mit irgendeinem Coaching, sondern du brauchst erstmal überhaupt eine Einschätzung von deiner eigenen Situation. Das ist alles sehr individuell. Und wo wir beim Punkt individuell sind, das ist mir auch noch ein Riesenpunkt, der super wichtig ist. Zu viele Männer versuchen dann, zu werden wie jemand anders. Die suchen sich dann irgendeinen, ein Idol aus, wie Andrew Tate oder wie The Rock oder wie irgendwer und dann sagen sie, so will ich werden und nicht anders und dann emulieren sie diese Person und versuchen so zu werden. Von Anfang an, als ich hier auf YouTube begonnen habe, also YouTube-Kanal haben wir begonnen, noch den anderen, den Modernen Romantiker-Kanal, genau 2014 glaube ich. Und diese Videos, die waren für mich extrem schwer, weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass du denkst, hey, mach so wie ich, werd so wie ich, sondern ich wollte immer und das hat sich auch bis jetzt im Coaching so gezogen, wollte ich, dass du deine eigene Kraft, deine eigene Identität findest, in deiner eigenen Attraktivität, so wie du einzigartig, authentisch bist. Das ist attraktiv. Und alles, was wir machen im Coaching und auch in der Charisma-Analyse, wenn wir dir da einen Leitfaden geben, ist, wir geben dir die Information, die du noch nicht hattest, über deine eigene Attraktivität und geben dir leichte Impulse, die du sehr einfach Stück für Stück befolgen kannst, damit du in deiner eigenen Umgebung, in deiner Umwelt merkst, krass, ich komme ja tatsächlich besser an, als ich gedacht habe und daraus wächst dein Selbstwert, daraus wachsen auch die Erfahrungen, die du machst und dein Selbstwert wächst noch mehr und die Erfahrungen werden noch mehr und so kommt Stück für Stück dann auch die Frau in dein Leben und nicht nur die Frau, sondern viele Frauen in dein Leben, mit denen du, viele von denen bist du dann einfach befreundet und manche von denen, denen hast du eine Affäre oder eine Freundschaft plus oder du hast dann eben auch eine Beziehung und das ist das, woran wir wirklich arbeiten, ist, dass du aus deiner eigenen Haut endlich rauskommst und zu dem Mann wirst, der du schon immer werden wolltest und auch konntest, der in dir steckt, der im Paralleluniversum schon längst existiert, der darf auch aus dir rauskommen und diese Beispiele, dieses, ja Andi, ich verstehe schon, aber wie, wie Andi, wie soll ich das machen, ich bin einfach zu schüchtern, ich bin einfach zu nett und ich kriege es nicht hin, meine Bedürfnisse zu äußern und Frauen wollen sowieso nur immer mit mir befreundet sein und nicht mehr als das, wie Andi, Alter, mit Videos wird es einfach nicht gelöst, das ist Konsum, das ist einfach Konsum, 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 super, aber wir brauchen Praxiserfahrungen, du musst in der Praxis echte Erfahrungen machen, du musst deine, deine aktuellen Glaubenssätze herausfordern und sagen, bin ich denn wirklich so unattraktiv oder kann ich das Ganze nicht sogar umdrehen und einfach mal darauf scheißen und mehr Spaß haben, Leichtigkeit mit reinbringen, so wie das Foto, das ich dir vorhin gezeigt habe, so selbst in Situationen, wo du krass abgelehnt wirst, trotzdem lachen, du kannst alles umdrehen dadurch, in Game of Thrones sagt Tyrion, der Mann, der seine Nachteile vor sich her trägt, wie ein Panzer, der wird niemals angegriffen werden können, weil er ist ganz offensiv mit seinen Schwächen, dadurch machst du sie zu deinen Stärken. Mehr Leichtigkeit, mein Lieber, das ist ganz wichtig, gerade in unseren verkopften Berufen wieder mehr Spaß zu haben, zu flirten und das Ganze dann auch auf der sexuellen Ebene ganz frei fließen zu lassen, sodass die Frau auch merkt, oh wow, hier ist sexuelle Spannung zwischen uns. Das sind Geheimnisse, die du in dir schon längst hast und die wir dir helfen können, wieder aus dir rauszukommen. Du kannst auch hier weiter, bitte, schau dich um, schau dir alle Videos an, die wir haben. Ich habe, glaube ich, neulich geguckt, wir haben über 1000 Videos definitiv und ich meine sogar über 2000 Videos mittlerweile hier auf diesem Kanal. Mehr als genug, da bist du übersättigt. Aber wenn du einen Leitfaden möchtest, wenn du das Ganze mal kondensiert haben willst für dich in deiner Situation, was du jetzt konkret machen sollst, damit du in 10, 13 Wochen, 26 Wochen die Frau an deiner Seite hast, so wie so viele Männer vor dir, die du auch alle kennenlernen wirst, nicht nur im Coaching, tagtäglich, wo wir so eine enge Beziehung haben, sondern dann auch bei unseren Live-Events, die du da natürlich dann auch kostenlos mitmachen kannst. Alter, die Gemeinschaft, die findest du nirgendwo. So eine krasse, brüderliche Gemeinschaft findest du einfach nicht. Weil das sind alles Männer wie du. Das sind Männer mit Herz, die was Besseres für sich und für ihre Umwelt wollen. Geh auf www.flirtanalyse.de, lies dich einfach mal durch, schau dir das Video an und dann können wir die nächsten Schritte von dort gehen. Dazu gehört es halt, dass du dich auch neu programmierst. Also diese Neuprogrammierung, die wird nicht sehr angenehm sein. Es gibt den schönen Spruch, Before the truth will set you free, it will piss you off. Bevor die Wahrheit dich frei werden lässt, wird sie dich sehr durchrütteln, sagen wir mal so. Es wird nicht angenehm sein. Und die Wahrheit ist halt, die wir kennenlernen dürfen, dass wir halt die ganze Zeit eine Lüge gelebt haben. Eine Lüge über uns selber, wie unser Leben funktionieren sollte. Und dann wachen wir halt irgendwann aus dieser Lüge auf. Und das wird dann wehtun, weil wir dann einfach auf 10, 20, 30, 40 Jahre unseres Lebens schauen müssen, um dann festzustellen, ich habe einfach nach den Vorstellungen von irgendjemandem gelebt, der sich überhaupt nicht für mich interessiert. der überhaupt nicht weiß, dass ich existiere. Ich habe nach der Vorstellung von jemandem gelebt, der einfach eine Figur im Fernsehen ist. Und ich habe versucht, diesen Menschen stolz von mir zu machen oder ihm nachzueifern, weil dieser Mensch in irgendeiner Weise mein Idol war, weil ich ihn witzig fand oder so. Oder weil dieser Mensch im Internet gesagt hat, mach dies und das. Sage ich als Mensch im Internet gerade zu dir. Dieses Aufwachen tut weh. Das ist sehr, sehr unangenehm. Das ist sehr unbequem. Aber das ist gut, weil dadurch ist es halt so, als ob du aus deiner zu eng gewordenen Haut heraus schlüpfst wie so eine Echse und dann wächst und plötzlich mehr Platz hast und dich endlich wieder frei bewegen kannst. Und dann bist das wirklich du. Das ist wirklich dein Wesenskern. Du hast plötzlich mehr Spaß in deinem Leben. Und weil du mehr Spaß in deinem Leben hast, ziehst du plötzlich mehr von diesen Menschen an, die dir guttun werden. Du ziehst plötzlich die richtigen Frauen in deinem Leben an. Du lebst plötzlich deine Passion und ziehst dadurch die richtigen Frauen in deinem Leben an. Und hast dadurch auch in irgendeiner Form gelernt, Schritt für Schritt, dass du eine gewisse Resilienz, eine psychische Widerstandskraft aufbaust gegenüber all den Lügen, Programmierungen über das Leben, das nicht für dich funktioniert. Also wenn halt jemand, also weil wir halt auch irgendwie am Anfang über Programmierung gesprochen haben und dann auch hier und da über den Ansatz Matrix erwähnt haben, du hast ja nicht mehr diesen Agent Smith, der sich plötzlich aus irgendeinem Menschen heraus darlegt. So, das ist ja in Teil, was war das, Teil 2 und 3. So, du hast einfach irgendeinen Passanten und plötzlich wird dieser jemand zum Agent Smith. So, dieser jemand, der halt nicht möchte, dass du aus der Matrix ausbrichst. Das ist übrigens die Metapher dazu, dass jemand, du hast einfach einen ganz normalen Menschen und dann wird er plötzlich zu diesem Programm, also Agent Smith und dieses Programm ist dazu designt, dass es dich halt, dass es dich als freien, freien denkenden Menschen wieder, also entweder zerstört oder zurück in die Matrix bringt. Und du hast dann halt das nicht mehr. Du bist dann tatsächlich dann wie Neo von mir aus, der da durchsehen kann, der weiß, was richtig für ihn selber ist, der weiß, was richtig für ihn selber ist, weil es sich gut für ihn anfühlt und damit auf seinem Weg ist. Und das ist Führung übernehmen, das ist Selbstbewusstsein und das ist automatisch attraktiv. Besonders, weil Menschen, wir alle, wir alle sind Menschen, wir alle möchten folgen. Wir alle möchten jemandem folgen, der uns in irgendeiner Weise den Weg zeigt, wo es lang geht. Deswegen folgst du dann auch jemandem in deinem Job, wenn du angestellt bist. Du folgst der Richtung der Firma, deiner Vorgesetzten und so weiter. Das ist eine völlig normale Säugetiereigenschaft. Und diese Führung übernimmst du automatisch, wenn du mehr weißt, wer du bist, weil du, wie ich gerade schon gesagt habe, lernst, dass du die Autorität deiner eigenen Existenz bist. Und diese Existenz hat einen emotionalen Nordstern. Sie weiß einen moralischen Nordstern. Sie weiß, was richtig für sie ist. Sie weiß, was der Weg ist. Und diese Existenz, die bist halt du. Und wenn du das für dich selber erfahren möchtest, diesen Weg erfahren möchtest, dann komm in die Charisma-Analyse. Geh auf flirtanalyse.de. Trag dich da ein. Wir sprechen miteinander. Wir haben deinen Fall schon 700 Mal gehabt. Wir kennen dich. Wir wissen genau, was deine Stolpersteine sind. Und deine Stolpersteine, die du halt nicht mal siehst. weil du nicht weißt, dass es auch ohne diese Steine gehen könnte. Und wie gesagt, das machen wir schon seit 10, 20, nicht seit 20 Jahren, seit 12 Jahren, 13 Jahren jetzt schon. Wir kennen deinen Fall. Trag dich ein. Flirtanalyse.de und dann sprechen wir bald schon miteinander. Du bist es wert. Du bist es wert. Frauen sind es auch wert. Wir sind es beide wert. Wir sind es alle wert. Deine Kinder werden es irgendwann wert sein. Wir sind es jetzt schon wert. So. Mein lieber, pack es an. Ja. Ja. Es gibt die Stimme in uns, die sagt, es ist schwer, es wird schwierig sein, es ist eine Herausforderung. Genau das ist richtig. Folgt dieser Stimme. Okay. Aufstehen. Machen. Nicht mehr bocken, beriesen lassen von den Videos. Mach raus. Weg von YouTube. Fahr vorsichtig. Wir sehen dich.